Warum ist Mario los? Am Boden! Leer Wolf! Bist arg Shii? Vanille Jetzt bist arg Shii Heute entspannte Vanille Vanille Bist arg Shii? Jetzt bist arg Shii Heute entspannte Vanille War irgendwas und Karamell Bisschen Teppet Vanilla Jetzt heute Bisschen Teppet Vanille schmeckt früher färten Fuhre Oasch Fuhre, Fuhre Oasch Ohne einen Ofen in der Früh kann ich mich vergessen Probier's heute auch mit einem Vanille-Boudin Das würde ich auch nicht packen Alter, das würde ich auch nicht packen Jetzt heute Bisschen Teppet Am Boudin Im letzten halben Liter Milch Bisschen Teppet Das ist Vanille Ja, du machst mit Karamell Der schmeckt super Außerdem kannst du an Öl mit Hymysoft kombinieren, weil der Karamell nicht Ja, stimmt Schade eigentlich Bisschen Teppet Bisschen Teppet Vanille Beniss mich früher färten Fuhre Oasch Fuhre orasch Fuhre, Fuhre orasch Bis zum nächsten Mal.